Jeder von uns erzeugt täglich zigtausend Datensätze. Das ist nicht nur im Internet so, sondern auch an der Supermarktkasse, wenn wir nach der Paybackkarte gefragt werden oder wenn wir mit der S-Bahn fahren und es dort eine Videoüberwachung gibt. Und die Regeln des Datenschutzes, die stammen noch aus dem letzten Jahrtausend und es ist wichtig, dass wir sie endlich an die moderne Zeit anpassen. Nicht alles, was technisch machbar ist, sollten wir auch erlauben. Besonders wichtig finde ich, dass wir den starken Datenschutz, den wir auf dem Papier haben, auch tatsächlich wirksam umsetzen. Das ist Ländersache und dafür möchte ich mich im Landtag einsetzen auf Listenplatz 22 mit beiden Stimmen grün wählen.